Liebe Lotte, du hast uns die Daumen gedrückt und warst mental immer bei uns. Dafür sage ich Danke. Und wenn ich jetzt in deine schönen, großen Augen schaue, dann denke ich in diesem Moment an Mesut Özil. Und auch von ihm soll ich dich ganz herzlich grüßen und drücken. Danke.